Ende April diesen Jahres. Die S-Bahn kehrt nach einem Jahr Baupause zurück nach Blankenfelde. Nur einige Kilometer weiter südlich können sie von solchen kurzen Unterbrechungen weiter nur träumen. Seit der Wende wartet Rangsdorf nun schon auf die Rückkehr der damals im Wiedervereinigungsvertrag versprochenen S-Bahn. Zuletzt fuhren die ockerroten Züge hier 1961. Dass die S-Bahn-Abziehen endet nun weiter andauern soll, damit wollen sich die Rangsdorfer Gemeindevertreter nicht abfinden. Auch für Bürgermeister Klaus Rocher überwiegen die Vorteile einer S-Bahn-Verlängerung nach Rangsdorf. Ich bin Fan der S-Bahn, weil sie alle 20 Minuten fährt. Wie heute mit dem Schienenersatzverkehr fährt, habe ich ja wohl schon gesagt, der Bus kann kommen, wenn er will. Auch wenn er 20 Minuten Verspätung hat, die S-Bahn im Blankenfelde steht da. Dann steht die nächste schon da. Beim Regionalverkehr, wenn ich jetzt um die Zeit fahre, da steht der nächste Stunde der Zug da, der fährt. Oder ich muss über den Ostring fahren. Wir müssen da nicht zuzahlen. Wir wollen eine Verbesserung der Verkehrsverbindung. Warum sollen wir uns denn für die S-Bahn nicht einsetzen? Wo ist denn unser Problem an der Stelle? Wir müssen doch nicht das machen, was das Land Brandenburg will oder was irgendwelche Gutachter wollen. Sondern wir müssen das machen, was für uns hier von Interesse ist. Verloren haben wir die Sache wahrscheinlich schon. Wir können sie nur noch gewinnen. Zuletzt hatte Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann betont, dass trotz der negativen Kosten-Nutzen-Untersuchung das letzte Wort in Sachen S-Bahn-Verlängerung noch nicht gesprochen sei. Wohl auch deswegen hoffen sie in Rangsdorf zumindest noch auf Zugeständnisse. Ich hätte noch nicht mal ein Problem mit, wenn die S-Bahn nicht kommt, aber ich möchte ein drittes Gleis haben an der Stelle. Weil das ist nötig. Weil ansonsten haben wir nicht das Problem, dass wir den, da hilft uns nichts, ob die vier Züge fahren lassen wollen oder nicht. Dann werden die drei fahren, dann fährt einer 50, der andere um und der nächste zehn nach. Weil die restlichen Zeiten gebraucht werden für den durchfahrenden Verkehr. Das ist das große Problem. Das haben wir auch ja jetzt schon gehabt teilweise, als wir zwei Züge hatten in der Stunde. Und keiner kann das garantieren, dass das anders wird. Ich sehe das wirklich so. Durch den Verkehr, der in Zukunft hier auf der Dresdner Strecke kommt, werden wir eher weniger Regionalzüge hier haben. Und wir sind zwingend angewiesen auf mindestens einen dritten Gleis. Wenn das eine S-Bahn ist, finde ich es prima. Wenn das halt ein drittes Gleis für die Regionalzüge ist, bin ich damit auch zufrieden. Aber unter dem sollten wir einfach gar nicht unsere Forderungsliste machen. S-Bahn und drittes Gleis, in welcher Form das auch immer ist, ist für uns eigentlich die Minimalforderung. In der Stellungnahme an Land und VBB kritisieren Rangsdorf und die Gemeindevertreter aber auch konkrete Details der negativen Kostennutzunguntersuchung. So sei etwa die Bevölkerungsentwicklung zu niedrig geschätzt worden und auch die Zubringerverkehre sowie Neubaugebiete in Rangsdorf wurden nicht ausreichend berücksichtigt. Da scheint die Kommunikation nicht so gut zu funktionieren. Der Gutachter hat ja dann auch gesagt, er weiß nicht, dass Rangsdorf sich entwickelt und dass nur Sachen aufgenommen werden, wo Bebauungspläne im Entwurf drin sind. Ja klar, als Träger öffentlicher Belange ist das Ministerium beteiligt worden für den Bebauungsplan Buch 36 als Entwurf. Ja, da sind die mit beteiligt worden. Scheint aber an der Kommunikation nicht weitergegeben worden zu sein. Das ist manchmal denn so, weil wenn so Häuser so groß sind, ist es manchmal eben ein bisschen schwierig. Da muss man ein Verständnis haben. Deshalb wäre es eben sinnvoll aus unserer Sicht, dass man darauf hinweist, dass diese Sachen natürlich mit da sind. Ebenfalls in der Kritik die Aussagen des Gutachtens zu den zwei möglichen Standorten des geplanten S-Bahn-Haltepunkts Dahlewitz-Gewerbegebiet. Dort wird von 1000 Meter Entfernung zwischen Haltepunkt und Gewerbegebiet ausgegangen, was eine breite Nutzung ausschließe. Rangsdorf sieht maximal 650 Meter und kritisiert eine falsche Herangehensweise. So seien etwa die Unternehmen vor Ort nicht befragt worden. Rolls-Royce sagt, sie haben an der Autobahn eine Trasse auf ihren Gelände freigelassen zum Durchfahren, auch um das hier zu erschließen, die man nutzen kann. Und sie haben auch kein Problem mit, war immer die Aussage, dass sie ein zweites Tor machen, weil, und jetzt kommt das Eigeninteresse. Rolls-Royce hat natürlich bei den Beschäftigtenzahlen, die sie haben, auch ein Eigeninteresse, kein Parkhaus zu bauen, sondern möglichst die Leute mit der Bahn zu bringen und deshalb ist ein Tor hier auf der Seite überhaupt kein Problem. Der nördliche Teil, da wo dieser 1000 Meter Pfeil, da Richtung Gewerbegebiet geht, das ist halt die einzige öffentliche Erschließung, wo man vom Gewerbegebiet aus zu dem Waldstück kommt, das ist die Kiefernstraße, sodass man von dort aus möglichst gradlinig dann eben halt diesen Bahnhaltepunkt erreicht. Das ist ja auch alles LSG dort und nicht noch mit einer Straße da umwegig eben halt viel mehr Straßenbau betreibt. Also von daher ist es ein bisschen zweischneidig. Man hat die etwas dichtere Nähe direkt zum Rolls-Royce-Gelände, aber für alle übrigen Beschäftigten im Gewerbegebiet, was gar nicht so wenig sind übrigens, wir reden ja nicht über Rolls-Royce, sondern über viele tausend andere Beschäftigten im Gewerbegebiet, würde der Weg dann länger werden und man müsste eben halt aufwendiger diese öffentliche Erschließung dort straßenseitig errichten an den südlichen Punkt. Rangsdorf will sich nicht mit dem Regio abspeisen lassen, darin sind sich fast alle einig. Nur die CDU hat zumindest leichte Bedenken, ob der Kampf um die S-Bahn wirklich lohnt. Das heißt, die S-Bahn wird unattraktiv gemacht durch die Erhöhung des Angebotes durch die Regionalbahn. Ich habe bereits in der letzten Legislaturperiode darüber gesprochen, ob es sinnvoll ist, dass die S-Bahn wirklich auch bis zum Bahnhof Rangsdorf fährt. Weil damals schon die Überlegung besteht, dass Blankenfelde der Umsteigebahnhof ist. Und es ist keine Entscheidung der Gemeinde, sondern allein eine Entscheidung der Deutschen Bahn, gegebenenfalls darauf zu verzichten, dass der Regionalzug in Rangsdorf hält, weil die Möglichkeit besteht, von Rangsdorf mit der S-Bahn auf den Umsteigebahnhof in Blankenfelde-Mahle, wo auch der große Parkhaus gebaut wurde und so weiter, zu verweisen. Das heißt, es gibt Risiken, die müssen wir dabei betrachten. Bürgermeister Rocher macht jedoch noch einmal deutlich, warum die S-Bahn für die Region so wichtig wäre. Es wird davon ausgegangen, dass wir, wenn wir das nicht haben, keinen Bedarf haben an zusätzlichen Straßenverkehrsmaßnahmen. Das glaube ich nicht. Weil wir haben jetzt schon ein Problem auf der 96, das muss man einfach sehen. Und da ist die Frage, wie weit man das minimieren kann und wie weit man die Kosten dagegen rechnet. Das Problem ist, wenn wir den Güterverkehr mit auf die Schiene verlagern. Und wenn die Bahnstrecke nach Dresden durch den Elbsandsteinbügel fertig ist und hinter Dresden nach Prag, dann haben wir hier auch ganz andere ECEs drauf. Und wir haben in Rangsdorf, deshalb wird der halt in Rangsdorf wo bleiben, wir haben in Rangsdorf den einzigen Bahnhof vor Südkreuz, wo nochmal ein Zug überholt werden kann. Und danach ist Schluss. Ja, und dann hält der Zug in Dahlewitz und dann hält der in Blankenfelde. Und jedes Mal nimmt er Zeit weg von dem, was für die Durchführer in Züge gebraucht wird. Der S-Bahn-Zug ist für Rangsdorf-Forst abgefahren, dessen sind sich die meisten hier bewusst. Doch zumindest das Mögliche soll noch möglich gemacht werden. Und das lautet bessere Regiotaktzeiten und ein drittes bzw. viertes Gleis.